Ich. Ich liebe ihn sehr, aber er ist schon ein kompliziertes Kind. Man hört angeblich das Meer rauschen. Ein Dauer und Gastron. Warum sollte man jemand anderes sein? Ist aber ganz egal, wir sind doch keine Muschtern, oder? Wer sollte dein erster Kunde sein? Geld ist der entscheidende Faktor. Geld, das du bekommst, für das aber andere arbeiten. Ganz einfach. Deine Mutter. Hier und das Rauschen da, das ist aber überhaupt nicht das Meer. Finken, Putzen, Blasen! Alle laufen rein! Dabei mischen sich jetzt Milliarden von Luftbläschen ihm das Wasser. Hey! Wovor ihr seid zu lassen? Oh, meine Süßen, meine Lieben, meine Pfeilchen da draußen. Ich liebe euch! Bis bald! Eure Merry-A-Miracle! Mal aus. Lauf Megafa Mal aus. Aus. Mal aus.